Das folgende Video wird euch präsentiert von Boostbox. Für kurze Zeit gibt es in der Keystore Edition PC-Reihe den Totenbeschwörer. Mit einem AMD Ryzen 7 7800 und einer GeForce RTX 4070 Ti die perfekte Gaming-Maschine für den Zockerherbst. Nur 2199 Euro und nur für kurze Zeit. Weiter geht es mit einer neuen verzweifelten Folge Alan Wake 2. Freut mich, dass du da draußen wieder ganz verzweifelt mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer hoffnungsvollen Bewertung unterstützt haben. Ich bedanke mich für alle Nicht-Bots da draußen, die sich die Zeit genommen haben. Denn ja, die Bots sind meine besten Supporter. Wir werden kommentieren, um das Ganze ein wenig zu unterstützen. Eine Idee mag da an mir. Sie war beinahe greifbar. Okay, was ist das hier? Irgendwas flüstert doch hier schon wieder. Ich glaube, ich muss von hier aus reingucken. Das Geflüster des Polizeifungs hielt mich nachts wach. Das Wort im Äther. Ein Mord vor der Kulisse eines Theaterstücks über einen mörderischen Kult. So was von Meta, sagte er und blickte wissend auf die Kamera. Ich konnte den Kult des Wortes und ihren Anführer, Mr. Scratch, spüren. Gerüchten zufolge Alan Wake, der vor Jahren verschollene Schriftsteller. Das Hotel war der perfekte Ort für eine Casey-Episode. Ich war auf dem richtigen Weg. Okay, wir suchen einen neuen Tatort. Ich würde in der Lobby beginnen. Jetzt gehen wir in die Lobby. Jetzt gehen wir in die Lobby. Jetzt gehen wir in die Lobby. Und jetzt sind ganz viele Süßigkeiten. Die Eingangshalle, wo alles begann. Hier waren sie alle reingekommen. Das Opfer, der Mörder, der Detective. Eine Idee, klar wie eine Vision, erwartete mich hier. Das bedeutet, wir müssen schreiben. Die Schubstafel war wieder leer. Ich brauchte ein neues Konzept. Wieder am Anfang, aber meinem Ziel näher. Wieder am Anfang, aber meinem Ziel näher. Finde den Tatort im Hotel. Guck mal, hier ist wieder was. Dafür müssen wir hier drüben rein. Oh, eine Karte vom Hotel. Das Ocean View Hotel. Ich hätte nicht gedacht, dass es so groß ist. Sie waren also der Regisseur dieses Stücks? Ja, das war ich. Unsere Aufführung von Der Kult war von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Der Kult ist eine immersive Theatererfahrung. Aha. Das müssen Sie mir etwas näher erläutern. Immersives Theater. Ein Stück, bei dem das Publikum teilnehmen kann. Der Kult ist eine Legende. Da die einzige schriftliche Kopie des Manuskripts verloren gegangen ist, wird das Stück traditionell mündlich zwischen Theatergruppen weitergegeben. Jede Gruppe führt es nur einmal auf. Das Stück soll besondere Kräfte haben. Wir waren wie Kinder mit einem Hexenbrett. Nur, dass der Teufel tatsächlich kommt, wenn man ihn ruft. Das Vorabritual. Das ist es. Es arrangieren. Von vorne beginnen. Alright, können wir hier schon was machen in der Einganghalle? Die Vorbereitung für das Theaterstück lief auf Hochtouren. Okay, was hat sich alles verändert? Hier drin anscheinend schon mal nichts. Oder kann man die Schubladen hier vielleicht noch öffnen? Obwohl ich bin so vollgepackt mit Loot. Ich habe eigentlich gar keinen Platz mehr, ne? Aber es gibt ja dieses Ding hier. Die Schuhschachtel. So, die hauen wir mal rein. Gewagt, ne? Batterien hier zu lassen, aber... Ab und zu muss man gewagt unterwegs sein. Ich höre hier auch schon wieder irgendeinen Geflüster. Ja, da kommt noch einer. Oder auch nicht. Und schon habe ich zwei Ladungen verdudelt. Wow, 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 wow. Verflucht! Ich wollte doch nur ein bisschen Platz sparen. Shadow Man. Zimmer 101. Ich konnte nicht rein. Mir fehlte etwas. Was ist das denn hier für ein Symbol? 103. Okay, wir brauchen entweder einen Generalschlüssel oder sehr, sehr viele Zimmerschlüssel. Der Raum am Ende des Korridors war abgeriegelt. Er fühlte sich bedeutsam an. Dort würde etwas Schreckliches passieren. Letzte Szene. Geht's hier durch? Batterien. 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 Und schon wieder voll. Die Leuchtfackel hier. Ich glaube, die lege ich auch direkt hier rein. Bewegen. Und rüber damit. Oh, warum sind hier schon wieder Dudes? Handlungstafel. Letzte Szene. Vorab. Verdammt, ich werde verfolgt. Was haben die Symbole zu bedeuten? Der Requisitenraum wurde von Raum 104 in Raum 225 verlegt. Die Truppe war mit dem Bau eines Wicker Man beschäftigt, wo sie selbst geopfert werden sollte. Raum 104. Den hatten wir doch irgendwo hier. Der rote Raum. Ich bitte ihn nicht mal. Badewanne. What? Wie bin ich hier drin gelandet? Moment. Alan Wake. Ach, noch einer. Oh Gott, wie viele kommen da? Nicht gut, nicht gut. Das sehe ich anders. Du wirst hier ertrinken. Kann man den, kann man den totknüppeln? Ich wollte Munition sparen. Du Lomp. Hm. Ein Pfeil zeigt hier in die Richtung, in den roten Raum, und der andere zeigt raus. Schmoni. Ist irgendwas hinter der Wand? Es muss irgendwo ein Wort der Macht sein. Aber wo? Oh. Night Springs. A special place. A shifting space. Existing in a countless number of parallel realities. Sometimes a quaint small town. Sometimes a quaint small town. Sometimes a hulking metropolis. Different every time we set upon the road that leads us there. And yet, like a half-remembered echo of a fading dream, always familiar to us. These are the stories that take place there. War-inspiring. Macabre. Terrifying. Heartbreaking. Nail-biting. Absurd. And thrilling. Sometimes all of these things at once. A haunting new season of mind-bending episodes. Written by Alan Wake. I am your host, Worland Orr. And I will see you soon, in... Night Springs war auch die Serie. Warte mal. Hier ist wieder ein Pfeil. Hier kann man durch. War auch die Serie, wo... Logan, die Tochter... geglotzt hat, ne? Okay, Wort des Kriegers. Hm. Das ist halt so meine Standardwaffe im Moment und die muss einfach mehr Damage machen, weil ich glaube, das lohnt sich. Wenn die richtig strong ist. Und will mir das Spiel unbedingt diese Leuchtfackel andrehen. Das Spiel kämpft regelrecht darum. Was haben die Pfeile hier zu bedeuten? Na gut, das... Ich wollte es wissen. Ab und zu erkennt man das ja gar nicht. Hier ist noch eine Tür. Boah. Boah, schon wieder super viel Zeug. Und ich kann... Kaum was davon mitnehmen. Aber kein Wort der Macht, ne? Der Pfeil zeigt hier hin und der zeigt aber wieder hier hin. Wo war der... Der Safe Room? 25. Okay, ich speichere ganz kurz und schmeiße schon mal Sachen rein. Weißt du was? Das nimmt einen Haufen Platz. Wir legen es mal hier drüben hin. Und dann bin ich erst mal happy. Ja, wird Zeit, dass wir hier eine Inventar-Erweiterung bekommen. Hat ja gesagt, ich bin so müde. Wo war der Loot hier hinter? So, in der Decke ist auch kein Wort. Hier waren wir drin. In die Richtung waren wir noch gar nicht unterwegs. Alan Wake. Der einzig wahre, Bruder. Der einzig wahre. Sie war von hier aus nicht aufzukriegen. Alan Wake. Oh, der macht jetzt schon deutlich mehr Wumms. Mein Revolver. Alright, mysteriös. Tja, das Hotel des Wahnsinns. Hier gibt es leider auch keinen Durchgang. Jedes Zimmer mit einem offenen Kamin. Okay, ich brauche vier Schuss für die jetzt. Noch eine Tür, die ich nicht aufbekomme. Ich muss dir den Schlüssel finden. Zimmer 209. Zimmer 209. Nein, hier sind auch irgendwelche Symbole dran. Muss auch noch irgendeine Bedeutung haben. Umsonst hat man die da garantiert nicht hingepinselt. Okay, was ist das hier für ein Raum? Boing. Moment. Irgendwas Spannendes rum. Ganz viel Kultzeug, kein Kultzeug. Der Proberaum. Hier versammelten sie sich vor dem Stück. Hier begann es. Okay, damit habe ich ein Zimmer schon mal geöffnet. Der Proberaum. Die Handlung formte die Welt um mich herum. Noch eine Vision. Dieses Ritual wird dich weiterbringen. Wie so ein Theaterstück in einem Hotel. Wie so in diesem. Weil die Miete billig ist? Nein. Das Ocean View war perfekt dafür. Angeblich ist es verflucht. Düstere Geschichten über Mord, Tod und Selbstmord. Ein echter Kult soll angeblich ein entsetzliches Beschwörungsritual im Ballsaal durchgeführt haben. Haben wir dasselbe getan und etwas Schreckliches angezapft? Es schien Teil des Stücks zu sein. Aber das war es nicht. Hört sich das verrückt an? Erzählen Sie mir nichts von wegen verrückt. Ein Spukhotel. Ja, es ist aus gutem Grund eine Truppe. Okay, kann ich jetzt hier verflucht noch rein tippen? Und hier hat der Kult schon gewütet, hm? Sieht zumindest so aus. Fändet aber nur diese Szene hier. Nur diesen Raum. Alles andere bleibt... Normal. Und da kommt der Nächste. Meine Batterie. Könntet ruhig mal ein bisschen Munition für den alten Alan droppen. Sie war von der anderen Seite versperrt. Was zum Geier war das denn eben? Okay, was ist hier drin? Wow, 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 wow. Ne, müssen wir jetzt nicht. Wie bin ich eigentlich hier gelangt? Ich bin hier durch, ne? Hier rum. Und hier spukt es ganz schön gewaltig. So, hier nochmal rein. Wir können ein bisschen was ablegen. Das hier hauen wir mal... Oh, kann man nur zu zweit staggen. Das lassen wir mal so. Spiel gespeichert. Was haben wir hier, wenn wir hier... Nein. Wenn wir hier... Auch verflucht machen. Gibt es hier eine Szene? Die wir irgendwie verändern können. Wo geht es denn hier für uns hin? Exit. Geht es hier raus aus dem Hotel? Tatsache. Aber hier geht es hoffentlich wieder rein. Das wäre nämlich jetzt echt mies. Wenn ich wieder oben auf dem Dach landen würde. Okay, wir haben die Szene hier bearbeitet. Ballsaal. Schalt da rein, schalt da rein, schalt da rein. Wo war denn der Ballsaal? Neue eine Karte hier. Rezeption. Letzte Szene. So, dann gehen wir mal da hin. Vielleicht geht es da irgendwie rüber, wenn wir sie umschreiben. Verflucht. Die Szene änderte sich. Ja, aber nicht so, wie ich es haben will. Jetzt bin ich wieder hier gleich. Ich wollte die Karte. So, jetzt bin ich hier. Wo ist hier der Ballsaal? Da unten. Wie komme ich da hin? Straight durch. Wahrscheinlich in die Richtung. Gedrückt halten, mein Gott. Sie war von hier aus nicht aufzukriegen. Ah, jetzt bin ich wieder beim summenden Freund. 209. Der Ballsaal. Okay, wir schreiben sie erst mal um in... Vorab. Irgendwas wichtiges hier. Loot? Maybe. Oh. Spielplan 2023. Dienstag, 22. Oktober. Probe im Raum 219. Jetzt in Raum 202. Donnerstag, 24. Oktober. Vorab. Ritual Premiere. Denkt daran. Trefft eure Ziele. Behaltet eure Masken auf. Und sorgt für Verwirrung. Schreiben wir sie noch mal um. In Verflucht. Und ob es ernst wird. Ich erkannte meinen Autorenraum auf der Bühne. Ich fürchtete die dadurch entstehenden Ideen beinahe. Ein Wort. Wort der Dinge. Das erste. Touristenkarte. Markiere alle Ressourcen und relevanten Orte auf der... Auf Wakes Karte. Erweitere Alan Wakes Inventar um eine Reihe. Ah, ich brauche die Reihe. Im Moment habe ich... Das andere ist auch verlockend, aber die Reihe ist halt... Ja, ich kann nicht noch mehr Krempel mitschleppen. Ihr wisst es. Schöne Setting. Welche Szene fand in diesem Raum statt? Wir nannten das den Autorenraum. Im Stück schreibt der Teufel dort die Realität neu. Während Gott schläft. Der Teufel war die Hauptrolle. Ich konnte eine Berühmtheit dafür engagieren. Sein Method Acting war perfekt für die Rolle. Er fiel nie aus der Rolle und trug stets seine Kultmaske. Auf den Plakaten wurde sein Name durchgestrichen. Aha. Und die mysteriöse Berühmtheit. Lassen Sie mich raten. Alan Wake. Ich wünschte, ich könnte es Ihnen sagen. Aber es gab so viele Masken. Wer er auch war. Es passierten immer unheimliche Dinge in seiner Nähe. Einige in der Crew scherzen, dass er der echte Teufel war. Ah, Mr. Scratch als der Teufel. Geboren für diese Rolle. Ich muss dir Casey dabei zustimmen. Mr. Scratch. Der Teufel und der... Oh, wow. Ja, ich habe vergessen. Ich schaff mir hier über mich her. Darum. Yo, 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 yo. Lassen meine Worte. Ich schaff mir hier mal mich raus. Oh, wie viele sind denn hier? Wow. Alter, ich gehe hier raus. Boah, ey. Auf einmal kam da eine riesige Armee. Alter, die Bilder immer, ne? Von Alan. Extrem verstörend. Da bin ich wieder in meiner Schreibmaschine der Qualen. Wo war ich stehen geblieben? Der Ballsaal würde Schauplatz einer wichtigen Szene des Stücks sein. Wort der Dinge. Magische Tasche. Das wird gleich eine richtig hässliche Angelegenheit hier drin. Jetzt wäre so eine Blendgranate wahrscheinlich ganz gut gewesen. So, wir schreiben die Szene noch einmal um in Verflucht. Und müssen es uns leider nochmal anhören, weil... Ja, super krasse Army. Und ob es ernst wird. Ich fürchtete die dadurch entstehenden Ideen beinahe. Ich erkannte meinen Autorenraum. Schönes Setting. Welche Szene fand in diesem Raum statt? Wir nannten das den Autorenraum. Im Stück schreibt der Teufel dort die Realität neu. Während Gott schläft. Der Teufel war die Hauptrolle. Ich konnte eine Berühmtheit dafür engagieren. Sein Method-Acting war perfekt für die Rolle. Er fiel nie aus der Rolle und trug stets seine Kultmaske. Auf den Plakaten wurde sein Name durchgestrichen. Und die mysteriöse Berühmtheit. Lassen Sie mich raten. Alan Wake. Ich wünschte, ich könnte es Ihnen sagen. Aber es gab so viele Masken. Wer er auch war. Es passierten immer unheimliche Dinge in seiner Nähe. Einige in der Crew scherzen. Dass er der echte Teufel war. Hm. Mr. Scratch heißt der Teufel. Geboren für diese Rolle. Ich musste Casey dabei zustimmen. Boah, sind das viele. Ey, das schaffe ich nicht gegen alle hier. Ich muss mich da raus dodgen. Am besten, wir gehen in den Safe-Room, ne? Boah, hier ist einer. Da ist ja eine Armee plötzlich, die da rumrennt. Ich spreche mal. Das ist eine erweiterte Karte. Schreib es um. Das war etwas aus einer Horror-Geschichte. Aber ich musste weitermachen. Ja, die bleiben hier. Autsch. Gib mir mal so eine Blend-Granate. Was hat man die Dinger dann noch? Willkommen in der Drecks-Realität. Wo haben wir sie alle? Boah, diese dämliche Bombe. Wie die jetzt schon wieder sind, ne? Leck mich am Ärmel. Einer weniger. Ich hab keine Batterien mehr. Jetzt hier mal 101. Ich brauch erst mal ein Päckchen Batterien, du. Ich lass die Worte dich ersticken. Oh, endlich. Endlich haben wir die alle weggewamst. Das ist ja ein absolutes Blutbad hier drin. Das hab ich nicht geschrieben. Scratch verhöhnt mich. In seinem Zimmer wird ihr ihr wehtun. So, nach diesem kräftigen Massaker würde ich sagen, sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Bewerten und kommentieren. Blutig geht es weiter. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und... Baş bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.